so erstmal schön cappuccino trinken fast lauwarm pech benötigt ach pech wo haben wir den pech hier haben wir pech da hat der gegner aber pech gehabt kann ich eigentlich pech abbauen ja kann ich da hat der gegner jetzt aber pech gehabt nicht dass man so sagen darf wenn ich da pech abbaue katsumi maxen du hier krümel monster magst du mal gutes haben was haben wir denn eigentlich hier mit rindfleisch und rindfleisch machen wir gar nicht oder hier wäre es mit lachs magst du lachs mit lachs und käse kann man so was kann man so was essen boah das sind gutes wie man hört das sind kleine das sind so kleine wie heißen die gibt es auch von kellogg's so vollkorn dinge mit schokolade in der mitte und für sie innen drin käse und die gelben sind mit käse und die roten oder orangenen sind mit lachs die kopfschmer frist gut wird auch knack zu schön die tragen jetzt pech hoch pech brauchen wir später jede menge pech ja wir brauchen jede menge pech nach wenn der gegner angreift hoppala entschuldigung wenn der gegner nachher angreift brauchen wir jede menge pech ich könnte ja noch ein paar steine bauen so wenn wir die wirtschaft ein bisschen ankurbeln hier ich denke aber das wird reichen oder ja steine verkaufen steine brauchen wir auch nachher steine brauchen wir auch nachher verkaufen wir alles was denn nie nur nachhilfest ist doch urscht waffen kammer und zwölf davon 103 und mir fehlen nur noch 200 100 oh 100 161 wenn wir noch wurscht dinge seht yeah jetzt haben wir das endlich jetzt können wir schwerter bauen bis zum geht nicht mehr bis zum abwinken glaub ich rüstung war noch ne rüstung war noch aber wir haben kein holz mehr 17 holz 16 steine 5 eisen aber eisen können wir nicht bauen abbauen wir haben kein eisen scheiße wir haben noch kein eisen ok 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 ja ist ja in Ordnung ist ja in Ordnung wie mach ich denn jetzt am blödsten wie mach ich denn das am blödsten 100 toll Spiel gespeichert ja kann ich da vielleicht ein ding hinzimmern passt das da her nein nicht doch hier vielleicht schade das Land ist zu umgeben und hier zu bauen also gut an dem Tag hier ist mir auch recht Baumeister zu diensten meine Fresse nee ich hätte ja lieber ein Turmmeer gebaut aber das geht nicht ich muss die haut die ich nach oben wegkriegen damit ich an meinen eisen rankomme sonst komme ich nicht ran weil die mich dauernd töten so wie hier zum Beispiel das ist ein unheimlichem Verschleiß an Arbeitern wie man sieht ich könnte auch einen Turm hinzimmern aber dann brauche ich 100 Steine und 100 für die Balliste das passt da nicht hin dann sag ich doch das passt nicht ach mein Lord, das passt nicht Stein benötigt, my lord nicht genug Stein, sire wir brauchen mehr Stein, sire die Steinvorräte sind knapp, my lord jetzt fangen sie mit Stein an Stein benötigt, my lord nicht genug Stein, sire wir brauchen mehr Stein, sire die Steinvorräte sind knapp, my lord Okay. Ist ja nicht so wie bei Holz. Ah, guck mal, da kommt was. Song 1. 1. 1. Nicht meins. Mal gucken, wo kann ich denn hier... Radier mal den hier aus. Und wenn es geht, dann da oben noch vielleicht. Nein, geht nicht. Hoppala. Nehmen wir mal den hier. Hm. Jetzt wie wäre es mit dem hier? Werdet ihr sowohl freundlich und würdet bitte den da hinten noch. Die da oben machen glaube ich nichts. Müssen wir austesten. Ziehen jetzt los. Ziehen los. Krieg ich, krieg ich, krieg ich. So, jetzt können die machen, was sie wollen. Das ist mir egal. Weil, ich hab mein Ding erreicht. Und jetzt bauen wir erstmal Eisen ab. Und zwar richtig viel Eisen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und jetzt fangen wir an. Äh. Das ist ein Scherz gewesen, hä? Ob die da durchkommen? Das ist natürlich nicht gut, was ich da mache, ne? Ist klar. Warum kann ich da unten kein Eisen hinstellen? Äh, kein, äh. Naja, was soll's. Nö, 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 nö. Ach, manno, warum net? Da noch einer. Wo ist das alles rot hier? Wir haben keinen Mann mehr, oder was? Ah, das gibt's nicht. Tatsächlich. Keine Sau am Feuer. Ich brauche Arbeitslose. H4-Empfänger. Äh, wer macht denn den Drecksjob eigentlich? So. Da krieg ich kein Häuschen hin, oder was? Mann, oh meh, da. Ja, da bist du wohl außen rum gehen müssen, oder, ey? So. Oh. 216 von 160. 101, 162. Das passt. Das geht. Das kann man machen. Ja, dann klappt's hier auch mit dem Nachbarn. Guck mal. Der Nachbar wird grad ausradiert. Nochmal spiel ich das nicht. Spiel gespeichert. So, was habe ich denn an Stein? 270. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hehehe. So, jetzt müssen wir hier noch ein Dürrchen hinbauen. Ein Dürrchen, das stellen wir mal da her. Ach, hier geht was ab, ey. So. Oh, da kommt kein Auto hoch. Das ist genau das, was wir wollen. So, wir lassen vielleicht noch ein bisschen und da so hoch und so. Okay, das hätten wir. Jetzt müssen wir hier mal gucken, kriegen wir hier ein Dürrchen rein? Nein! Hier vielleicht? Ja, hier geht's. Ich kenne doch mal eine Pappenheimer. Äh... Äh, nee. Schade. Hm? Okay. Ja, ist ja wurscht egal. Hauptsache da ist schon mal zu. Da ist zu. Dann bauen wir... Mal gucken, ob wir noch ein Dürrchen hier hinkriegen. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Machen wir hier ein Dürrchen hin? Hm. Äh, Mann, oh. Hier kommt man auch durch. Was ist das drum? Hier. Oh, guck mal, hier. Ja, weil ich meine Pappenheimer kenne. Ja, weil ich meine Pappenheimer kenne. THE Dürrchen. Ja, ich kenne dir... Das ist ein Dürrchen. Aber die Erike kä mitigiert. Säge ich dir mal. Verstö treatments hier auch. Also muss ich dir das hier sehen. Was ist das immer schön.